Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Handelsblatt Today. Wir sprechen börsentäglich über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Schön, dass Sie dabei sind. Heute sprechen wir natürlich über die Ergebnisse der Landtagswahlen in Brandenburg. Außerdem schauen wir uns an, wie die FDP die private Altersvorsorge fördern will. Wir haben Montag, den 23. September und ich bin Arnes Michijewicz. Ja, also eins ist klar. An diesem Sonntag war in Brandenburg richtig was los. Bei den Landtagswahlen landete die SPD mit knapp 31 Prozent der Stimmen nur ganz knapp vor der AfD, die mit mehr als 29 Prozent zweitstärkste Kraft wurde. Grüne, Linke und Freie Wähler flogen komplett aus dem Landtag. Und die FDP erreichte nicht einmal ein Prozent der Stimmen. Ministerpräsident Dietmar Woidke von der SPD hatte hoch gepokert und sein politisches Schicksal davon abhängig gemacht, ob seine Partei als Sieger aus der Wahl hervorgehen würde. Das hat am Ende geklappt. Aber wie die künftige Landesregierung aussehen soll, das steht aktuell noch in den Sternen. Unser stellvertretender Politikressortleiter Martin Greive ordnet das Wahlergebnis gleich für uns ein. Außerdem sprechen wir darüber, wie FDP-Chef und Bundesfinanzminister Christian Lindner den Einstieg in die Altersvorsorge mit Aktien und Fonds fördern will. Er hat sogar behauptet, dass es mit dem Altersvorsorge-Depot möglich sei, als Millionär in Rente zu gehen. Unser Geldanlage-Chefreporter Markus Hinterberger hat mal durchgerechnet, ob das realistisch ist und wie die Pläne der FDP konkret aussehen. Doch vorher gibt's wie immer erstmal unser Markt-Update. Heute mit meinem Kollegen Frank Wiebe. Hallo Frank. Hallo, grüß dich. Ja, wie würdest du die allgemeine Lage an den Märkten heute beschreiben? Es ist relativ ruhig. Der deutsche Aktienindex, der DAX, ist aber gerade etwas mehr als ein halbes Prozent im Plus und das, obwohl heute Morgen es schwache Daten gegeben hat. Die sogenannten Einkaufsmanager-Indizes, die ja immer Aufschluss darüber geben, wie aktiv die Unternehmen sind, die waren für Deutschland schlecht und die waren für Frankreich schlecht. Das scheint aber in Deutschland an der Börse sich nicht so zu zeigen, während die französische Börse kaum verändert ist. Wobei sich allerdings gezeigt hat, dass von den schlechten Daten in Frankreich vor allem die Banken betroffen sind. Die großen Banken wie BNP, Société Générale, Sockchain und Credit Agricole, die stehen heute unter Druck. Aber beim DAX sind wir leicht im Plus. Ja, aber die Banken sind ja ein wirklich gutes Stichwort, denn wir haben auch News zu Unicredit und Commerzbank heute gesehen. Denn die Unicredit kämpft ja weiterhin für eine Fusion mit der Commerzbank. Was gab es da heute für Neuigkeiten? Ja, das ist sehr interessant. Also am Wochenende hatte man das Gefühl, dass der Übernahmeversuch schon mehr oder minder gescheitert ist, weil die Bundesregierung sich doch sehr deutlich geäußert hat, dass sie das nicht will. Sie hat ja auch gesagt, sie verkauft keine weiteren Anteile. Und häufig ist es so, dass bei solchen Übernahmeversuchen, wenn also eine Regierung sagt, sie will das nicht, dass dann die Firmen davon ablassen, weil sie den Eindruck haben, dass das dann doch zu schwierig wird. Aber bei Unicredit ist das nicht der Fall. Sie haben gesagt, sie stocken auf, auf über 20 Prozent. Und das hat dazu geführt, dass die Commerzbank, die mit minus sechs Prozent oder mehr als minus sechs Prozent gestartet ist in den Tag, weil man eben gedacht hat, die Geschichte ist vorbei, dass die jetzt nur noch ganz leicht im Minus liegt. Auf der anderen Seite ist es so, dass Unicredit selbst relativ deutlich im Minus liegt mit ungefähr zweieinhalb Prozent. Das ist aber ein typischer Effekt. Es ist ganz oft so, dass die Aktionäre von Firmen, die andere Firmen übernehmen wollen, dass die zunächst mal etwas skeptisch sind und befürchten, dass das auf ihren Aktienkurs drückt. Und das kann man eben heute auch sehen. Die Botschaft zusammengefasst ist, die ganze Story geht weiter. Ja, und wenn wir uns heute mal die Autoaktien anschauen, dann stellen wir fest, dass die eigentlich auch gar nicht so schlecht laufen. Und da stellt sich die Frage, ob da vielleicht nicht auch ein bisschen Hoffnung mitschwingt wegen des Autogipfels, zu dem Wirtschaftsminister Robert Habeck heute Nachmittag geladen hat. Ja, ich denke, dass das auf jeden Fall eine Rolle spielt. Da werden ja auch Forderungen vorgebracht. Man redet von Subventionen, man redet von einer neuen Form von Abwrackprämie. Man redet davon, dass die Europäische Union dazu gebracht werden soll, ihren Zeitplan zur Klimaneutralität dieses Sektors nochmal zu verschieben. Ich denke, dass das da eine Rolle spielt. Ob diese Hoffnungen dann tatsächlich berechtigt sind, ob da irgendwas dabei rauskommt, das steht natürlich noch in den Sternen. Frank, vielen Dank für das Marktupdate. Immer gerne. Und an dieser Stelle wie immer der wichtige Hinweis an Sie. Alle Inhalte dieses Podcasts sind keine Anlageempfehlung, sondern dienen lediglich Ihrer Information. Wir übernehmen für mögliche Verluste keine Haftung und werden auch an möglichen Gewinnen nicht beteiligt. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. Sie leben Fairness, Kultur und Werte? Zeigen Sie Ihr Engagement als Arbeitgeber und werden Sie Teil der Fair Company Initiative. Mit der Fair Company Initiative zeichnet das Handelsblatt Unternehmen aus, die insbesondere Berufseinsteigern und Young Professionals ein faires, attraktives Arbeitsumfeld bieten. Zu den entscheidenden Werten gehören unter anderem das Engagement für Mitarbeitende, Diversity und Chancengleichheit, Nachhaltigkeit und gesellschaftliche Verantwortung. Erfahren Sie jetzt mehr unter faircompany.de. Bei der Landtagswahl in Brandenburg hat sich Ministerpräsident Dietmar Woidke von der SPD knapp gegen die AfD durchgesetzt. Doch wie die künftige Landesregierung aussehen soll, ist noch völlig unklar. Unser stellvertretender Politikressortleiter Martin Greive ordnet die Ergebnisse jetzt für uns ein. Hallo Martin. Hallo nach Düsseldorf. Ja, Amtsinhaber Woidke hatte ja hochgepokert und im Vorfeld angekündigt, nur dann Ministerpräsident bleiben zu wollen, wenn seine SPD vor der AfD landet. Das hat er jetzt zwar knapp geschafft, aber sein Direktmandat in seinem Wahlkreis an den AfD-Kandidaten Steffen Kubicki verloren. Kann Woidke das Wahlergebnis trotzdem als Erfolg für sich verbuchen? Ja, das kann er auf jeden Fall. Das ist ein Riesenerfolg für Dietmar Woidke, muss man sagen. Natürlich schmerzt der Verlust des Direktmandats. Aber dass Dietmar Woidke diese Wahl noch dreht unter den Ausgangsbedingungen, damit hatte wirklich niemand gerechnet im Vorfeld mehr. Wir müssen uns mal erinnern, wo die SPD in Brandenburg herkommt. Noch vor wenigen Wochen lag die AfD bei 27, 28 Prozent in den Umfragen und die SPD unter 20 Prozent gleichauf mit der Union, mit der CDU. Und in den vergangenen Wochen ist es Dietmar Woidke wirklich gelungen, diese Wahl komplett zu drehen. Er hat sich immer weiter in den Umfragen herangerobbt an die AfD. Aus dem Dreikampf zwischen AfD, SPD und CDU ist es ein Zweikampf geworden. Das war genau die Strategie, auf die es die SPD angelegt hatte. Denn dann hofften die Sozialdemokraten, dass auch viele Wähler, die sonst Grün wählen oder auch Union wählen, SPD wählen, um eben zu verhindern, dass die AfD stärkste Kraft wird in Brandenburg. Ja und genau so ist es am Ende auch gekommen. Und auch, dass wirklich Dietmar Woidke seine politische Zukunft mit dieser Wahl verknüpft hat und gesagt hat, wenn ich nicht vor diesen Teilen rechtsextremen Partei liege, dann trete ich zurück. Auch das hat sich voll ausgezahlt, muss man sagen. Er hätte ja vielleicht trotzdem auch eine Regierungsmehrheit gehabt, auch als Zweitplatzierter. Also man muss sagen, diese Strategie von Woidke ist voll und ganz aufgegangen und dieser Wahlerfolg ist vor allem ganz allein sein Wahlerfolg. Ja und Teil der Strategie war es auch, ganz bewusst auf gemeinsame Wahlkampfauftritte mit Bundeskanzler Olaf Scholz zu verzichten. Das scheint ja auch mit ein Grund für diese erfolgreiche Aufholjagd der SPD in Brandenburg gewesen zu sein. Sollte das Scholz zu denken geben oder könnte man den Erfolg auch so interpretieren, dass seine Kanzlerkandidatur jetzt sicher ist? Ein bisschen zu denken geben sollte es schon dem Kanzler, dass Dietmar Woidke so auf Abstand gegangen ist im Wahlkampf. Er hat ja bei uns vor einigen Wochen im Interview erklärt, also Dietmar Woidke, dass er keine gemeinsamen Auftritte mit Olaf Scholz plane. Das ist wirklich als eingeschlagen wie eine Bombe, das lief überall. Das ist ja schon sehr ungewöhnlich, zumal Olaf Scholz ja auch noch seinen Wahlkreis in Potsdam, also in Brandenburg hat. Auch sonst hat Dietmar Woidke wirklich versucht, größtmöglichen Abstand zur Ampelkoalition im Bund im Wahlkampf herzustellen. Hat zum Beispiel plakatiert, wer Woidke will, muss SPD wählen. Das klingt im Subtext so, auch wenn ihr gar nicht SPD wählen wollt. Also das war schon wirklich teilweise aberwitzig, wie Woidke da vorgegangen ist. Im Endeffekt hat ihm auch diese Strategie glaube ich recht gegeben. Ich glaube aber trotzdem nicht, dass jetzt, wie es manche darstellen, das jetzt auch wiederum eine Niederlage für Scholz ist. Also man hätte ja Scholz nur verloren. Wenn jetzt Woidke verloren hätte, hätte Scholz verloren. Wenn Woidke gewinnt, hätte Scholz auch verloren. Die Logik teile ich jetzt nicht. Natürlich muss es Scholz zu denken geben, wenn ein eigener Ministerpräsident so auf Distanz geht. Auf der anderen Seite hat jetzt erstmal die SPD als Partei einen großen Wahlsieg eingefahren. Einen Wahlsieg, der so nicht mehr für möglich gehalten wurde. Das verschafft Scholz in der ganzen schwierigen Lage auch mal erstmal eine Atempause, eine Verschnaufpause. Und manche in der SPD träumen auch schon davon, dass sich jetzt die Stimmung vielleicht so langsam drehen könnte. Ein Jahr vor der Bundestagswahl. Erster Sieg in Brandenburg, dann ein wahrscheinlicher Sieg in mehr als in Hamburg im nächsten Jahr und dann eben die Bundestagswahl drehen. Ob es so kommt, wird man sehen. Und ich glaube auch, die ganze Kanzlerkandidatenfrage wird Scholz jetzt auch durch den Wahlsieg nicht komplett abschütteln können. Denn auch heute gab es schon wieder Stimmen, die fragten, ob Scholz wirklich der geeignete Kandidat ist und eben nicht doch Boris Pistorius. Also Strich drunter, Scholz wird diese Debatte weiterverfolgen, ob er der richtige Kanzlerkandidat ist, aber er ist erstmal etwas stabilisiert. Ja, man kann auf jeden Fall sagen, dass die Wahl in Brandenburg vor allem über die Person Woidke mehr entschieden wurde jetzt als über die Partei SPD, die in Brandenburg auf knapp 31 Prozent der Stimmen kam. Zur Vollständigkeit noch die AfD holte mehr als 29 Prozent, also wirklich sehr knapp dahinter. Und was auffällig ist und was auch eine Folge dieser Polarisierung des Wahlkampfs ist, die du ja auch schon angesprochen hattest. Grüne und FDP schafften nicht einmal den Einzug in den Landtag und die CDU musste auch ziemlich federn lassen. Deswegen stellt sich jetzt natürlich die Frage, mit wem kann Woidke überhaupt noch koalieren? Ja, also eine alte Kenia-Koalition aus SPD, CDU und Grünen kann Woidke ja nicht fortsetzen, weil die Grünen nicht mehr im Landtag vertreten sind. Also braucht es eine neue Konstellation. Für eine reine Koalition mit der CDU reicht es für Dietmar Woidke nicht. Ein Zweierbündnis kann der Ministerpräsident nur mit dem Bündnis Sarah Wagenknecht bilden. Das wäre die eine Option. Die zweite Option wäre eine Brombeeren-Koalition, wie es jetzt heißt, also eine Dreierkonstellation aus SPD, BSW und CDU. Oder aber Woidke geht in eine Koalition mit der CDU und versucht, eine Minderheitsregierung anzustreben. Eben in der Pressekonferenz in der SPD-Parteizentrale hat er jedenfalls angekündigt, Sondierungsgespräche mit beiden Parteien zu führen, also mit dem Bündnis Sarah Wagenknecht und der CDU. Wie es dann am Ende ausgeht, wird man abwarten müssen. Auf jeden Fall sind die Mehrheitsverhältnisse, auch wenn es für eine Zweierkonstellation reicht, ähnlich schwierig wie auch zuvor bereits in Sachsen und Thüringen bei den Landtagswahlen. Was bei der Wahl in Brandenburg jetzt auch wieder sehr stark aufgefallen ist, in der Gruppe der 16- bis 24-Jährigen wurde die AfD die mit Abstand stärkste Partei und damit setzt sich auch in Brandenburg ein Trend fort, den wir ja schon bei den Wahlen in Sachsen und Thüringen beobachtet haben. Wie ist das zu erklären? TikTok? Sehr viel TikTok tatsächlich. Also Lars Klingbeil, der SPD-Chef, sagte vor einer Pressekonferenz, wir müssen uns das Netz zurückholen. Die etablierten Parteien tauchen dort recht wenig auf. Die AfD hat das sehr früh erkannt, dass sie dort sehr präsent sein kann und eben dort sehr viele Jungwähler erreicht. Diese Strategie geht, muss man sagen, auf. Da haben sich die Etablieren von der AfD echt den Schneid abkaufen lassen. Ich finde es jetzt aber allerdings ein bisschen zu einfach zu sagen, ja, dann müssen wir jetzt ein paar TikTok-Videos machen und dann läuft das schon. Ich glaube, dass es schon in dieser ganzen jungen Generation insgesamt auch eine Enttäuschung gibt. Ich glaube, Corona wirkt da auch noch nach. Diese Schulschließung, dass man alleine im Studentenwohnheim saß und nicht mehr rauskam, dass das nie aufgearbeitet wurde. Dass vielleicht auch doch viele junge Wähler das Gefühl haben, dass hier sehr, sehr viel Politik eher für ältere Menschen gemacht wird. Es gibt immer neue Rentenpakete und Rentenreformen. Und die fragen sich dann vielleicht auch, was wird eigentlich für uns gemacht? Die Bildungseinrichtungen jedenfalls. Dann soll es schon jetzt nicht gerade in einem Top-Zustand. Ich glaube, da kommt relativ viel zusammen, warum das so ist. Und ich würde sagen, also es ist nicht nur TikTok, sondern man hat wirklich, glaube ich, die Jungwähler auch lange Zeit politisch eben vernachlässigt. Aber wenn wir uns jetzt mal die wirtschaftliche Entwicklung von Brandenburg anschauen, dann können wir durchaus feststellen, es läuft gar nicht so schlecht in dem Bundesland. Das hat das zweitstärkste Wirtschaftswachstum in ganz Deutschland. Und nur Mecklenburg-Vorpommern ist noch stärker gewachsen im vergangenen Jahr. Also Brandenburg lag bei 2,1 Prozent Wachstum. Die gesamte Bundesrepublik hatte ein Minus von 0,3 Prozent. Und jetzt musst du mir erklären, wie es trotzdem sein kann, dass sich knapp 30 Prozent der Wählerinnen und Wähler einen kompletten Politikwechsel wünschen, weil den würde es ja geben mit der AfD an der Macht. Ich würde sagen, es sind sogar fast noch mehr, wenn man mal das Bündnisnerer Wagenknecht dazu zählt, sind sogar eigentlich über 40 Prozent. Wir hatten dieses Phänomen ja auch schon in Sachsen und Thüringen, da waren es sogar fast 50 Prozent oder 50 Prozent. Ich glaube, dieser eindimensionale Zusammenhang, die Leute wählen extreme oder populistische Parteien, weil die Wirtschaft nicht läuft, der ist zu simpel. Also das ist auch inzwischen, würde ich sagen, empirisch klar widerlegt. Es gibt Regionen in Deutschland, die wirtschaftlich gut laufen. Brandenburg ist dafür das absolut beste Beispiel, wo die Leute trotzdem eben total frustriert sind, eine Denkzettelwahl aus einer Wahl machen und trotzdem halt eben sehr stark AfD und BSW wählen. Das ist eben nicht eindimensional, die Wirtschaft. Ich glaube, auch da kommen viele unterschiedliche Faktoren zusammen. Der Ampelstreit trägt natürlich auch dazu bei, dass viele Menschen verunsichert sind. Aber ich glaube auch, also es gibt verschiedene Punkte. Einmal, ich glaube, gerade so im rechtskonservativen Milieu haben viele den Eindruck, dass die Regierung ihre Politik mit so einem pädagogischen Auftrag verbunden hat, dass man in den Heizungskeller irgendwie reingucken will und dass man gucken will, ob die Leute Nackenstecks kriegen. Ich mache mal ein bisschen jetzt platt zugespitzt. Ich glaube, das ist so ein Problem. Auf der anderen Seite hat man nicht das Gefühl, dass es so richtig vorangeht im Land, dass es eben dann doch viel Streit gibt und dass einfach vieles nicht funktioniert hat. Ich glaube, dieses Nicht-Funktionieren, ich glaube, das ist wirklich so ein Punkt, dass die Bahn nicht fährt, dass eine Brücke einstürzt. Es könnte jetzt tausend von diesen Beispielen geben, dass die Schulen so aussehen, die Schultoiletten so aussehen, wie sie aussehen, dass es mit der Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung so schlecht vorangeht und, und, und. Also die Leute haben das Gefühl, dass sie gerade gemessen daran, dass sie ordentlich Scheuernabgaben zahlen, irgendwie dafür nicht angemessene Gegenleistung kriegen. Dass man im Arzt keinen Termin kriegt, einen Monatelang dort warten muss. Also da gibt es ganz viele verschiedene Beispiele. Und das alles zusammen, das führt, glaube ich, dazu, dass die Leute irgendwann so einen Brass haben auf die Politik. Und da muss, es gilt für alle Parteien, für alle etablierten Parteien, aus diesem Modus müssen wir ganz schnell rauskommen. Die Leute müssen zumindest das Gefühl haben, dass es wieder besser wird, dass es vorangeht und nicht, dass wir irgendwie zu den Abgehängten werden auf der Welt. Genau. Ja, das sind alles wichtige Punkte. Und ich glaube, an der Stelle sollte nicht unter den Tisch fallen, dass natürlich auch ein, ja, nicht unwesentlicher Anteil einfach aus Überzeugung rechtsextreme Positionen gewählt hat. Das auch. Das muss man auch. Leider, das gehört auch. Zur Vollständigkeit dazu, an der Stelle. Absolut, das gehört auch zur Wahrheit. Also das darf man, genau, zur Wahrheit gehört auch, dass der AfD inzwischen, das zeigen Umfragen, auch wirklich klare Kompetenzen zugeschrieben werden. Ja, Stichwort Migration. Genau, Stichwort Migration. Viele Menschen in Deutschland finden, dass jetzt diese Debatte so geführt wird, wie sie geführt wird, dass sich die nach rechtspolitisch verschoben hat, sag ich mal. Das haben sie der AfD zu verdanken. Und wenn, wie sagte neulich ein Wahlkampfstratege der SPD, wenn kurz vor der Landtagswahl, wie jetzt in Sachsen und Thüringen der erste Flieger mit Abschiebung nach Afghanistan geht, mit 20 Straftattern, die abgeschoben werden, dann beklatschen die Leute nicht die Ampel dafür, sondern sagen sich, wenn ich noch mehr von diesen Flugzeugen sehen will, ja, dann muss ich erst recht AfD wählen. Also das ist schon das Problem, es gibt auch bestimmte Politikfelder, in denen eben die Leute sagen, wenn ich dort eine Veränderung will, dann kriege ich das nur hin, indem ich AfD wähle und dann diese hohen Prozentpunkte für die AfD, die etablierten Parteien dazu zwingen, diese Politik zu machen. Genau, also quasi über Bande, könnte man auch sagen. Genau, das gleiche gilt auch für das Bündnis. Es gibt ja durchaus immer noch eine Mehrheit, die eigentlich gar nicht will, dass die AfD tatsächlich Regierungsverantwortung übernimmt. Das gleiche gilt auch für das Bündnis Sarah Wagenknecht. Es war immer die klar auch angelegte Strategie von Sarah Wagenknecht. Die wollte ja lange Zeit auch gar nirgendwo regieren. Wagenknecht hat aber ein klares politisches System, dass sie Veränderung dadurch erreicht, dass in der Politik diese Debatten erst losgetreten werden und zwar in ihrem Sinne. Also von daher auch Politik quasi verändert sich eben auch durch die Debattenlage in dem Land und dazu hat Frau Wagenknecht jetzt einiges beigetragen in ihrem Sinne und die AfD in ihrem Sinne sozusagen auch. Ja und apropos nicht regieren wollen, da muss man sich natürlich auch noch zum Schluss die FDP angucken, die in Brandenburg in die Bedeutungslosigkeit abrutscht, wie in vielen anderen ostdeutschen Bundesländern auch. Die Partei steht massiv unter Druck und heute hat auch FDP-Vize-Wolfgang Kubicki bereits mit einem Bruch der Ampelkoalition gedroht. Wie geht es auf Bundesebene weiter? Ja, also die Ergebnisse der FDP sind, man kann es nur als Wahnsinn bezeichnen. Also die lag jetzt in Brandenburg hinter der Tierschutzpartei, war ja unter ein Prozent oder knapp 0,8 oder so. 0,8, genau. Ich glaube, ich habe mal zusammengerechnet in Sachsen, Thüringen und Brandenburg zusammen. Also summiert kommt die FDP auf noch knapp über drei Prozent der Stimmen. Also selbst zusammen in allen Ländern hätten sie die Fünf-Prozent-Hürde verfehlt. Das ist schon Wahnsinn. Die Frage ist jetzt eben, ob die FDP doch die Koalition platzen lässt. Die Gefahr ist zumindest nicht völlig auszuschließen, will ich jetzt mal sagen. Christian Littner hat heute nach der Sitzung der Parteikrim und erst mal über alle anderen gesprochen, die irgendwie da auch nicht gut performt hätten. Aber seine Partei ist natürlich jetzt wirklich mit dem Schlimmsten betroffen. Man weiß es tatsächlich nicht. Littner ist ein Taktiker. Er hat letzte Woche in einem Interview mit der, ich glaube, Rheinischen Post gesagt, manchmal muss man auch, muss man die Verantwortung übernehmen. Aber manchmal gibt es auch Situationen, wo man halt harte Entscheidungen treffen muss, so in der Art, so hat er es ungefähr gesagt. Das war eine klare Andeutung daran, dass er es auch platzen lassen könnte. Jetzt nach den Ergebnissen steht er natürlich nochmals mehr unter Druck. Die Frage ist, ob das ein Jahr vor den Bundestagswahlen noch so viel bringt, jetzt diese Koalition in die Luft zu jagen. Ob die FDP überhaupt so viel zu gewinnen hätte, wenn sie jetzt die Koalition platzen lässt. Genau. Ich fürchte, für die FDP inzwischen gibt es eigentlich nur noch lauter schlechte Optionen. Also geht sie raus aus der Koalition, stehen sie als verantwortungslose Leichtliberale da, die eine Koalition in Zeiten haben platzen lassen, in der ein europäischen Krieg tobt und das in Europas größter Volkswirtschaft. Bleiben sie in der Koalition, können sie sich wahrscheinlich selbst beim langsamen Sterben zuschauen und sind jetzt auch bei Allensbach in den Umfragen unter fünf Prozent gerutscht auf vier. Diese Ampel tut der Partei offenkundig nicht gut und zwar egal, was die FDP macht. Am Anfang der Wahlperiode war Lindner ja durchaus konstruktiv, hat viele Sachen mitgetragen, die er eigentlich nicht mittragen wollte. In den letzten Jahren ist er auf eine Art destruktive Nummer eingeschwenkt, aber auch die funktioniert nicht. Also ich weiß gar nicht, wie die FDP da momentan rauskommen will. Ich glaube tatsächlich, ich fürchte für die Partei, es gibt momentan nur lauter schlechte Optionen. Tja, wir werden jetzt natürlich an der Stelle auch keine Lösung liefern, aber dir Martin, vielen Dank für die Einordnung. Vielen Dank. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. KI ist in unserem Lebensalltag angekommen und hat disruptive Auswirkungen auf aktuelle Geschäftsmodelle. Wir vom Handelsblatt wollen helfen, die KI-Wende in konkretes Handeln zu übersetzen. Der Handelsblatt KI Circle ist eine exklusive Plattform, um diesen Wandel zu begleiten. Wir bieten Ihnen einen Austausch mit Unternehmensentscheidern, direkter Zugang zu ExpertInnen und exklusive Formate der Handelsblatt-Redaktion. Bewerben Sie sich jetzt und gestalten Sie die KI-Wende mit. KI-Circle.handelsblattgroup.com Und jetzt wollen wir über einen Vorschlag der FDP sprechen, der die Partei zumindest bei Today-Hörerinnen und Hörern vielleicht ein bisschen beliebter machen könnte. FDP-Chef und Bundesfinanzminister Christian Lindner plant nämlich ein neues Depot für die private Altersvorsorge. Für Investments in Aktien und Fonds soll es Geld vom Staat geben. Der Rheinischen Post sagte Lindner, dass es damit sogar möglich sei, als Millionär in Rente zu gehen. Unser Geldanlage-Chefreporter Markus Hinterberger hat mal durchgerechnet, wie realistisch das ist. Hallo Markus. Hallo Anis, grüß dich. Ja, was plant denn Lindner konkret? Ja, also das ist alles wunderbar richtig, das mit der Riester-Alternative, die da geplant wird. Es gab ja mal so eine Runde, da haben sich viele Expertinnen und Experten zusammengesetzt und sollten genau das machen, eine Riester-Alternative ersinnen. Aus dieser Runde kam relativ wenig raus am Ende des Tages und dann hat die FDP einen Vorstoß gemacht, der nun so aussieht. Für jeden Euro, den man spart, also man eröffnet ein Depot, da kann dann drin sein, was will theoretisch. Also da können dann Anleihen drin sein, da können Fonds drin sein, da können Einzelaktien drin sein. Und für jeden Euro, den man spart, bekommt man vom Staat oder soll man vom Staat, ist ja alles noch nicht durch und auch alles noch nicht beschlossen, bekommt man 20 Cent dazu. Maximal gibt es jedoch 600 Euro dazu. Also das heißt, wenn ich 3000 Euro jedes Jahr anspare im Rahmen dieses Depots, kann ich einen Sparplan machen oder was auch immer, bekomme ich 600 Euro dazu, sodass ich 3600 Euro pro Jahr mit der maximalen Förderung sparen kann. Dann gibt es ein paar Sondergeschichten, wie zum Beispiel, dass Menschen, die unter 25 sind, die bekommen dann nochmal drei Jahre lang jeweils 200 Euro Zuschuss. Dann soll es noch einen Zuschuss geben für Menschen, die wenig verdienen. Da ist eine Einkommensgrenze bei 26.500 Euro. Also wahrscheinlich auch ist es eher was für Berufseinsteigerinnen und Berufseinsteiger. Und Familien sollen auch noch gefördert werden. Wobei es da noch vergleichsweise unklar ist, wie das dann ausschaut. Also ob ich dann pro Kind noch einen extra Zuschuss bekomme, wenn ich da anspare oder ob ich generell einen höheren Zuschuss bekomme, wenn ich nachweisen kann, dass ich Kinder habe. Also das, wie gesagt, ist noch sehr vieles im Wagen. Ja genau. Und mich wird auch in dem Kontext interessieren, es geistern ja auch viele Begriffe durch die Medien. Generationenkapital wurde ja schon beschlossen, Aktienrente. Was ist jetzt der Unterschied zu dem Plan, den jetzt Lindner da vorgelegt hat? Also das Generationenkapital, das bezieht sich ja komplett auf die gesetzliche Rentenversicherung. Wir sind ja hier, was jetzt da Lindners Plan ist, da sind wir ja in der privaten Schicht. Also wir haben ja das Drei-Säulensystem, private Altersvorsorge, betriebliche Altersversorgung und die gesetzliche Rente. Generationenkapital, wie gesagt, gehört zur gesetzlichen Rentenversicherung und das soll am Ende des Tages eigentlich nur dafür da sein, dass die Rentenbeiträge, also die Beiträge für die gesetzliche Rente nicht allzu stark steigen. Da soll dann ab nächstem Jahr, jedes Jahr vom Bund sollen 12 Milliarden Euro in den Aktienmarkt investiert werden. Diese 12 Milliarden können unter Umständen auch noch mehr werden. Und da soll dann bis 2030 soll dann ein Kapitalstock entstehen, der dazu in der Lage sein soll, die Beiträge nicht so stark steigen zu lassen. Das ist jetzt auch durch und das Altersvorsorgedepot, was da jetzt vorgestellt wurde, das ist noch lange nicht durch, habe ich ja auch schon gesagt. Und das ist auch sozusagen das Äquivalent zu dem, was die FDP schon seit längerem als Aktienrente bewirbt. Also genau, das ist nämlich genau der wichtige Unterschied dabei beim Generationenkapital. Da geht es um die gesetzliche Rente. Der Staat investiert sozusagen in den Kapitalmarkt und das, worüber wir jetzt hier sprechen, ist der Vorschlag von Lindner, der sich ja auf die individuelle private Altersvorsorge bezieht. Und jetzt würde mich auch noch interessieren, ob denn schon bekannt ist, du hattest ja gesagt, da ist noch vieles im Wagen. Aber ist denn jetzt schon klar, welche Wertpapiere gefördert werden könnten? Ich dachte da jetzt direkt an MSCI World oder ähnliche ETFs. Ja, das wäre schön, wenn man da schon Näheres wüsste. Es soll dann so sein, gesetzt den Fall, dass das Altersvorsorgedepot kommt. Ich persönlich, das aber meine eigene Meinung fände, ist wünschenswert, weil es wirklich sowas wie, Lindner hat ja gesagt, Game Changer. Es wäre ein Game Changer für die private Altersvorsorge. Dazu kann ich später gerne noch was sagen. Ich finde es, wie gesagt, gut, wenn das kommen würde. Aber ich glaube nicht so wirklich daran, dass es so, wie es geplant ist, kommen wird. Und da hat es geheißen jetzt, dass man dann, wenn es kommt, sich verschiedenste Vorsorgemöglichkeiten, verschiedenste Sparformen anschaut und dann die zertifizieren lässt. Die Frage ist nun, wer zertifiziert und wie wird es zertifiziert, nach welchen Kriterien? Ich persönlich, das ist jetzt aber auch wieder eine Vermutung, könnte mir vorstellen, dass man sagt, ist das ein Produkt, was breitstreut, was, wie zum Beispiel, wie du gesagt hast, MSCI World, was breitstreut und was einen langfristigen Vermögensaufbau begünstigt. Es gibt aber auch gleichzeitig auch, wurde gesagt, dass man eventuell auch darüber nachdenkt, bestimmte Einzelaktien zu zertifizieren. Da muss ich ganz ehrlich sagen, wir kennen ja die Kapitalmarktregel oder die Investorenregel, legen nicht alle Eier in einen Korb. Das fände ich sehr schwierig, selbst wenn ich eine super sichere Aktie habe, wie meinetwegen die von der Allianz oder sowas. Es ist eine einzige Aktion, geht es der Allianz mal wieder erwarten schlecht, weil irgendein Ereignis, irgendein schwarzer Schwan daherkommt, mit dem wir nie gerechnet haben, geht es auch dieser Aktie schlecht und dann schaue ich ziemlich alt aus. Genau, dann müsste ja eigentlich der Staat dafür sorgen, dass es gar nicht erlaubt ist, nur in eine Einzelaktie zu investieren im Rahmen eines solchen Depots und das würde ja wiederum mehr Regulierung und Bürokratie erfordern und dafür kann die FDP ja eigentlich auch nicht sein. Das stimmt wieder. Also da gilt es auch dann, wenn es soweit ist, wie gesagt, ich habe die Hoffnung, dass es soweit ist und viele Leute sollten auch die Hoffnung haben, weil es wirklich aus meiner Sicht ein guter Ansatz ist, ein sehr guter Vorschlag ist. Und da sollte man dann auch schauen, dass man eine Balance schafft zwischen Regulierung auf der einen Seite, aber auch keine Überregulierung auf der anderen Seite. Und da kann es gut sein, dass wir dann am Ende des Tages die Möglichkeit haben, gefördert in ein MSCI World oder über einen FTSE All Country, das ist ja auch ein breit streuernder Aktien-ETF zu investieren, oder auch über ganz klassische Fonds. Es gibt ja auch viele ziemlich gut laufende, breit aufgestellte Aktienfonds oder Mischfonds und darauf wird es hinauslaufen. Genau, da gibt es ja viele, die Anleihen mit Einzelaktien kombinieren und mit Rohstoffen in verschiedenen Verhältnissen. Also da gibt es natürlich sehr viele Möglichkeiten. Könnte man denn mit einem solchen Altersvorsorge-Depot wirklich als Millionär in Rente gehen, so wie es Lindner behauptet hat? Ja, das war natürlich gleich so ein Ansatzpunkt, als ich das gelesen habe. Ganz plakativ, ne? Genau, das rechnen wir mal nach. Ich finde es auch irgendwie gut, wenn man da mit sowas reingeht, das sorgt ja für Aufmerksamkeit. Also, wenn man jetzt mal annimmt, man investiert in einen breit streuenden Aktien-ETF. Dieser Aktien-ETF, wenn man mal vorsichtig rechnet, macht in den kommenden Jahren und Jahrzehnten im Schnitt 7% Rendite. Das ist durchaus möglich, ist jetzt nicht völlig an den Haaren herbeigezogen. Und dieser ETF kostet mich im Jahr mit allem Drum und Dran. Vielleicht zahle ich noch eine kleine Depotgebühr, 0,5%. Unter diesen Voraussetzungen bräuchte ich 46 Jahre und müsste dann auch noch ungefähr mit 20 anfangen. Dann würde ich nämlich auch noch diese zusätzliche Förderung für junge Leute mitkriegen und müsste auch dann die komplette Förderung auch immer bekommen, die jetzt laut Altersvorsorge-Depot möglich ist. Wenn ich das alles mit abgrase und das alles mit drin habe, brauche ich wie gesagt 46 Jahre. Das heißt, ein 20-jähriger Mann, eine 20-jährige Frau wäre dann mit 66, hätte dann nominal eine Million dastehen. Wir wissen aber natürlich auch als fleißige Hörer von Handelsblatt Today, dass es ja noch die Inflation gibt und die würde ja dann auch wiederum ordentlich an der Kaufkraft knabbern, sodass man dann nach 46 Jahren zwar eine Million dastehen hat, aber diese Million hätte dann nur noch die Kaufkraft von ungefähr 440.000 Euro. Also, aber wie gesagt, die Million ist drin, aber ich muss mich richtig ranhalten. Also ich muss wirklich immer volle Lotte sparen und das heißt also 250 Euro im Monat ansparen, zur Seite legen. Das ist was, ja. Das könnte für manche jungen Leute durchaus schwierig sein mit Blick auf die aktuellen Lebenshaltungskosten. Oder man fragt eben Großeltern, Eltern, schiebt mir doch noch was dazu. Aber ich habe auch mal gerechnet, um mal so einfach die Dimensionen zu erfassen. Es würde auch noch reichen, wenn du mit 37 anfängst. Da hast du noch 30 Jahre bis zu deiner Rente. Da würde auch noch was zusammenkommen. Aber insgesamt klingt das ja schon so, als ob diese Idee von Lindner vor allem für die junge Generation interessant wäre. Du hast ja gesagt, nach 46 Jahren wäre man dann theoretisch Millionär. Und jetzt würde ich zum Schluss noch ganz gern von dir wissen, ob sich das Depot denn auch für Ältere lohnen würde. Du hast gesagt, man könnte auch mit 37 anfangen, aber dann wäre man natürlich nicht Millionär, oder? Dann wärst du nicht Millionär. Also wenn man dann unter diesen Voraussetzungen, die ich eben gerade angerissen habe, also 7% Durchschnittsrendite über die Jahre hinweg und 0,5% Kosten, dann wäre ich, wenn ich immer 250 Euro im Monat Eigenleistung, dann noch die Förderung mit drauf bekomme, dann wäre ich nach 30 Jahren bei 320.000 Euro. Ist auch eine gute Sache, finde ich. Da kommt auch was rum. Weil wenn man sich dann mal anschaut, man hat ja für diese 320.000 Euro nur 90.000 Euro aus eigener Tasche eingezahlt. Das heißt, der Rest, das ist alles Zinseszinseffekt und Förderung. Und man hat in der Zwischenzeit, die Förderung verzinst sich ja auch und bekommt den Zinseszinseffekt mit, man hat bei diesen 320.000 Euro sind allein 53.000 Euro Förderung. Was ich auch schon mal ein Wort finde. Ja, absolut. Und natürlich, wenn man die monatlichen Sparbeträge entsprechend erhöht, dann ist da natürlich auch mehr drin. Genau. Nur du kriegst halt keine Förderung. Die Förderung, da ist ein Deckel. Also Maximalförderung gibt es eben die 600 Euro im Jahr. Aber man kann natürlich dann auch im höheren Alter, wenn ich jetzt mir mit 47 überlege, jetzt will ich aber nochmal Gas geben, dann verdopple ich das Ganze meinetwegen, kriege dann zwar nur die Förderung mit, aber da kommt dann auch was rum. Wie gesagt, der Zinseszinseffekt ist in dem Fall unser Freund. Und wenn man natürlich dann auch kapitalmarktnah anlegt, ist es dann umso besser. Also wenn es durchkommen sollte, es ist ein gutes Produkt. Aber um ehrlich zu sein, mir fehlt ein bisschen der Glaube. Ja, die Hoffnung stirbt zuletzt, dass wir vielleicht doch mit dem Zinseszinseffekt der Altersarmut entgehen können. Markus, vielen Dank für das Gespräch. Gerne. Ja, und wer die Details zu den Plänen digital nachlesen möchte, der schaut am besten in die Shownotes zur heutigen Folge. Dort haben wir einen Link zu einem Artikel von Markus zum Thema hinterlegt. Und das war's von uns für heute. Ihr Feedback zur heutigen Folge können Sie uns entweder per Mail an today-at-handelsblatt.com schicken. Sie können auch unser Spotify-Kommentartool nutzen, falls Sie uns gerade über Spotify hören. Oder natürlich auch einen der anderen Kanäle, die in den Shownotes hinterlegt sind. Mich finden Sie auf Instagram und LinkedIn. Und wenn Ihnen Handelsblatt Today gefällt, dann lassen Sie uns doch gerne 5 Sterne auf Ihrer Podcast-Plattform da und abonnieren Sie uns. Unser Redaktionsschluss war heute wie immer um 16 Uhr. Vielen Dank an Christian Heinemann für die Produktion der heutigen Folge und Ihnen vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen Feierabend und allen, die uns morgens hören, einen guten Start in den Tag. Auf Wiedersehen. Ich wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen Tag.